Wärmebildkamera für euer Smartphone? So klein wie euer Daumen, so leicht wie ein Stück Schokolade? Gibt's das wirklich? Moin, heute stellen wir euch die Thermal Eye T2 Pro von X-Infrared vor. Dabei handelt es sich um eine Wärmebildkamera mit unterschiedlichen Modi, die Fotos und Videos aufnehmen kann und direkt über euer Smartphone gesteuert wird. Das gibt es zwar schon alles, aber diese hier ist extrem klein. Ihr könnt sie entweder direkt an den Anschlussport eures Smartphones klicken oder mit einem Verlängerungskabel bedienen. Und ich zeige euch mal, was ihr noch alles in dem Paket erhaltet und wie das Ganze funktioniert. Die Kamera, so wie das ganze Zubehör, kommt übrigens in so einer Hardcasebox daher mit Trageriemen. Zwei D-Ringen, um sie befestigen zu können. Auch ein Gurtband wird übrigens mitgeliefert. Dann könnt ihr sie als eine Umhängetasche nutzen. Und jetzt werfen wir mal einen Blick hinein, was das ganze Paket so beinhaltet. Findet sich hier oben einmal ein Netzfach mit Reißverschluss, wo zusätzliches Adapterkabel, der Riemen, eine Anleitung etc. drin sind. Und hier dann das Herzstück, nämlich die Kamera mit einer kleinen Schutzhülle, also noch einem kleinen Hardcase plus einem Montageset. Aber jetzt werfen wir natürlich erstmal einen Blick auf das Elementar Wichtigste, nämlich die Kamera. Ihr seht schon, die ist wirklich fast so groß wie einen Daumen. Sie ist ultra leicht, wiegt etwas über 20 Gramm. Hier oben besitzt sie einen Anschluss für euer Telefon. Wir haben in diesem Fall die Lightning-Version fürs iPhone. Die gibt es natürlich mittlerweile auch mit USB-C. Aber hierfür gibt es auch einen Adapter von Lightning auf USB-C, um also auch mit den neuen Android-Handys oder iPhones kompatibel zu sein. Ihr seht schon, damit habt ihr dann wirklich ein super kompaktes Format, was ihr bedienen könnt. Wie gesagt, ihr könnt aber auch dann diesen Gimbal und einen Adapter benutzen. Dazu habt ihr hier zwei Vorrichtungen, einmal zum Einspannen der eigentlichen Kamera und eine zweite Halterung zur Fixierung eures Smartphones. Nun könnt ihr Kamera und Smartphone mit dem mitgelieferten Verlängerungskabel verbinden. In meinem Fall geht das nicht, da ich hier USB-C dran habe und wir die Lightning-Kamera haben. Dafür gibt es dann natürlich Lightning auf USB-C Adapterkabel, um das dann damit zu verbinden. Gerade wenn ihr jetzt eine Nachsuche betreibt, im Dunkeln unterwegs seid, habt ihr hier natürlich eine viel bessere Kontrolle über die ganze Kamera. Selbstverständlich könnt ihr den Neigungswinkel der Kamera einstellen und hier an der Halterung, so wie am Griff, befinden sich auch nochmal Adapter für ein Stativ. Jetzt werfen wir noch schnell einen Blick auf das restliche Zubehör. Wie schon gesagt, bekommt ihr noch einen Tragegurt mit kleinen Karabinern, den ihr dann an den D-Ring befestigen könnt. Zusätzlich also das mitgelieferte Verlängerungskabel, eine kurze Anleitung. Diese Anleitung ist sehr kurz gehalten, da das meist eigentlich recht selbsterklärend ist. Noch etwas Wichtiges gibt es mit dabei und zwar nochmal ein extra Hardcase nur für das Kameramodul. Denn wenn ihr auf die zusätzliche Halterung mit Griff verzichten wollt und die Kamera sowieso direkt an euer Smartphone klemmt, dann reicht dieses kleine Päckchen hier, dieses Hardcase, das ihr dann bequem in eurer Tasche mit durchführen könnt. Kommen wir jetzt zu den Modi und den Features der Kamera. Zum einen haben wir natürlich die normale Wärmebildkamera. Diese lässt sich aber wunderbar einstellen. Ihr könnt die verschiedenen Farbschematen noch regulieren, also Kältebereiche, die Farbe herausziehen oder sie noch heller machen, dass wirklich dann Lebewesen etc. oder Wärmequemen noch mehr auffallen. Ihr könnt mit der Kamera auch HD-Fotos sowie Filme machen. Dann gibt es noch verschiedene Modi wie einen Weiß-Schwarz-Kontrast-Modus oder so einen Red-Point-Kontrast-Modus, der das Ganze nochmal stärker macht. Als weitere Hilfen besitzt die Kamera zum Beispiel eine Temperaturanzeige, einen kleinen eingebauten Kompass, einen GPS-Tracker, auch ein Hotspot-Tracking, wo ihr also Wärmespuren nachverfolgen könnt, diese auch mit der Kamera fixieren könnt, sodass sie automatisch zur nächsten Wärmespur weiterspringt digital. Ihr braucht übrigens eine von unterschiedlichen Apps, die es mittlerweile im Angebot gibt, um die ganze Kamera vernünftig nutzen zu können auf eurem Smartphone. Die verlinken wir euch selbstverständlich in die Videobeschreibung. Da müsst ihr dann mal schauen, welche euch am besten gefällt und die auch am besten bei euch läuft. Kommen wir abschließend noch zu ein paar technischen Details. Die Kamera selber ist ca. 25 x 25 mm groß, wiegt etwas über 20 Gramm und wird mit einer Betriebszeit von 4 Stunden angegeben. Das hängt natürlich sehr stark von dem Akku eures Smartphones ab, denn die Kamera wird natürlich von der Energie eures Smartphones betrieben. Wir haben ja jetzt schon draußen einige Tests gemacht, auch im Gebäude. Das Ganze funktioniert extrem gut, kann ich sagen. Allerdings haben wir auch Kuni diese Kamera mitgegeben. Der ist ja gerade in Afrika bei der Nashornrettung. Da wird ihr die Kamera natürlich auch nochmal testen. Und zwar, wie gut funktioniert sie in der Hitze und auch vor allem in der Nachsuche. Da bin ich schon sehr gespannt. Da wird es auch bald ein Video drüber geben. Ja, und das war schon die Thermal Eye T2 Pro kurz vorgestellt. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr davon haltet oder ob ihr Erfahrung mit der Kamera habt, das würde uns sehr freuen. Und dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.